Hallo zusammen, hier ist wieder Jilla und schon die Wichter für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Und zwar geht es heute um insgesamt 6 Mounts und zwar sind das 3 Allianz Mounts und 3 Horden Mounts. Diese gibt es alle seit Patch 8.2 und zwar von Händlern zu kaufen. Dafür braucht ihr erstmal ein Achievement und zwar den Pfadfinder von Battle for Azeroth Teil 2. Heißt ihr müsst fliegen können in BFA, das müsst ihr euch spielen. Solltet ihr da noch Probleme haben mit dem Ruf, habe ich ein kleines Video gemacht, kann ich euch gerne verlinken. Jetzt schauen wir uns die Mounts an und zwar das erste seht ihr hier schon, das Highlight Mount und zwar die spektale Pteroschwinge. Das ist das Mount, was wir auf ehrfürchtig von dem Zandellari Imperium bekommen. Heißt, wenn wir jetzt reinschauen, haben wir einfach bei dem Händler ein zusätzliches Icon und zwar hier das Mount für 72.000 Gold. Dann haben wir noch hier Dünenreißer der Woldunai. Das ist quasi das Mount, was wir von, ja man hätte es raten können, von den Woldunai bekommen. Müssen wir ebenfalls ehrfürchtig sein und das Flugachievement in BFA besitzen. Kostet auch 72.000 Gold. Und das letzte, was wir bei der Hordenseite haben, ist von der Talanji-Expedition und das schimpft sich gefangener Morastpirscher. Und das ist quasi dann eine grüne Variante von diesen Flugviechern und sieht auch ganz schick aus. Vor allem ähnelt es sehr stark denen, die eh im Nazmir quasi am Rumpf liegen sind. Das sind soweit die drei Hordenmounts. Von den Positionen, wo ihr sie kaufen könnt, ist natürlich das erste hier beim großen Siegel. Das zweite von Nazmir haben wir hier unten in den Ruinen beim Händler. Und das letzte von den Woldunai befindet sich im Vulpira-Versteck. Aber das dürftet ihr sowieso wissen, wenn ihr es auf dem ehrfürchtigen Ruf geschafft habt. Solltet ihr da noch nicht ehrfürchtig sein, empfehle ich euch immer, wenn die jeweiligen Emissary-Kisten hier ab sind, dass ihr die macht. Müsst ihr immer vier Worldquests machen, bekommt dann 1500 Ruf. Ist eigentlich die effizienteste Geschichte. Ich würde euch nicht empfehlen, jede Worldquest jeden Tag zu machen. Das rentiert sich eigentlich nicht. Dann schauen wir mal auf die Allianz rüber. Und zwar haben wir natürlich ebenfalls drei Mounts. Wir können auch hier wieder gegen 72.000 Gold pro Mount, wenn wir ehrfürchtig sind, einmal Mounts kaufen. Und zwar hier Zügel des Prachtmeerspeers bei dem Prachtmeer-Admiralität. Prachtmeerzeit ist quasi unsere Hauptfraktion. Und dann haben wir noch zwei weitere Greifen, die wir erhalten können. Einmal bei einem Händler im Sturmsangental. Und zwar hier Breen-Damm haben wir den Händler. Und bei Drustwar drüben in Aromswehr haben wir den letzten Händler. Da könnt ihr euch quasi dann die anderen beiden Mounts kaufen. Schauen wir uns die Dinger noch an. Und zwar Küstenwächter vom Sturmsang heißt der hier. Das ist quasi ein Greif mit so einem bisschen blauem Geschirr. Relativ hell gehalten an sich. Den zweiten, den wir hier im Bunde haben, ist hier der von der Prachtmeer-Admiralität. Der schimpft sich Prachtmeerspeer. Der ist komplett weiß und hat quasi so ein hellgrünes Geschirr. Ist natürlich auch ein bisschen an die Flaggen angepasst, ganz klar. Und den letzten, den wir noch haben, ist der düstere Grundsteig-Greif. Und das ist quasi einer, der so ein bisschen, naja, was der Name schon sagt, ein bisschen düsterer ist, wo das Geschirr hier quasi schwarz gehalten ist. Genau, das sind die drei Greifen. Ich muss sagen, ich finde am besten dieses Spektal-Mount von der Horde. Sieht natürlich am schickersten aus. Und ja, mich würde mal interessieren, was ihr von den Mounts haltet. Sagt ihr eher, hm, 6x 72.000 ist mir jetzt doch ein bisschen viel für Mounts, die ziemlich ähnlich ausschauen, zu welchen, die man schon hat. Oder sagt ihr, komm, ich sammle die, ich kaufe mir die, egal, so wie ich das gemacht habe. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr vorhabt, ob ihr euch die holt oder ob ihr die quasi beim Händler stehen lasst. Und ja, dann sind wir durch mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.